Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Drittel von allem, was wir essen, gäbe es nicht ohne Bienen. Auch wer sich vegetarisch ernährt, ist von industrieller Tierhaltung abhängig. Wir wollen wachsen. Total globale Domination. Scheiße, Fred. Das Volkreich verlore es, Fred. Jetzt geht es den Bienen schlecht. Seit ein paar Jahren sterben sie. Nicht nur bei uns. Sie sterben auf der ganzen Welt. Die Nachrichten sind voll davon, sprechen von einem Mysterium. Ich habe keine Zeit, es persönlich zu nehmen. Ich weiß, dass diese Hive nicht sterben bedeutet. Ich muss einfach weitergehen. Mein Vater würde wahrscheinlich aus dieser Geburt gehen, wenn er heute gesehen hat, wie wir die Bienen behalten. Er würde denken, mein Gott. Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus. Verblüfft finde ich in China Regionen, wo es vor lauter Chemie keine Bienen mehr gibt. Wer besträgt besser, Mensch oder Biene? Verblüfft finde ich in China Regionen.